Herzlich Willkommen zu Datentypen von Input-Daten beim Data Mining in unter 5 Minuten. Wie der Name Data Mining bereits erahnen lässt, werden hierzu Daten benötigt. Diese können in den unterschiedlichsten Formen vorliegen. In Unternehmen liegen die Daten meist als strukturierte Daten vor. Die häufigste Datenstruktur ist hierbei die Datenbanktabelle. Hier haben wir beispielsweise eine Tabelle mit Artikeldaten eines Baumarktes. In ihr erhält jedes Objekt eine eigene Zeile. In den Spalten sind dann die Attribute der Objekte abgelegt. Wichtig ist, dass jedes Objekt einen Primärschlüsselwert besitzt, der das Objekt eindeutig identifiziert. Daten können aber auch als Mengen vorliegen. Diese können ebenfalls als Tabellen dargestellt werden. Jedoch steht dann jede Zeile für eine Menge von Elementen und jede Spalte für ein Element. Hier haben wir als Beispiel Warenkorb-Daten. Jede Zeile ist dabei ein Warenkorb und jede Spalte eine Position des Warenkorbs. Eine weitere Form, wie Daten vorliegen können, sind Sequenzen. Eine Sequenz ist ein Verbund von Daten mit einer linearen Ordnungsstruktur. Das heißt, die Reihenfolge der Elemente ist dabei wichtig. Ein Beispiel für eine Sequenz ist zum Beispiel der Klickpfad eines Besuchers einer Website. Hier sehen wir einen Besuch der FOM-Homepage mit dem dazugehörigen Klickpfad. Oft liegen Informationen in Unternehmen auch in Form von Dokumenten, Webseiten oder E-Mails, also in Textform vor. Diese enthalten die Daten meist in nicht strukturierter Form. Dies erfordert den Einsatz von Textmining. So können beispielsweise E-Mails in Klassen wie Bestellung, Beschwerde, Spam oder ähnliches eingeteilt werden. Texte können aber auch semi-strukturiert sein. Bei semi-strukturierten Texten werden zusätzlich zum reinen Text noch Tags einer Auszeichnungssprache wie HTML oder XML eingesetzt. So lassen sich die Texte nach bestimmten Tags wie zum Beispiel einem Titel oder anderen Schlagwörtern durchsuchen. Bei Zeitreihen liegen die Daten in einer zeitlich geordneten Folge vor. Neben dem eigentlichen Wert der Variable wird zusätzlich noch ein Mess-, Beobachtungs- oder Zählzeitpunkt festgehalten. Solche Daten werden häufig zu Prognosezwecken eingesetzt. Dies können beispielsweise Absatzprognosen sein, bei denen vorangegangene Daten betrachtet werden, um zukünftige Absätze voraussagen zu können. Bei Graphen wird eine Menge von Knoten mittels gerichteter oder ungerichteter Verbindungen miteinander verbunden. So lassen sich beispielsweise die Linkstruktur einer Website oder die Verbindung von Personen in einem sozialen Netzwerk visualisieren. Als Beispiel sehen wir hier die grafische Darstellung eines kleinen sozialen Netzwerkes. Mittels Geodaten, also geografischen Informationen von Objekten, können räumliche Muster aufgedeckt werden. Zum Beispiel kann geschaut werden, ob es räumliche Cluster bezüglich des von den Kunden generierten Umsatzes gibt. Hier sehen wir eine Deutschlandkarte. Diese wird nun in verschiedene Umsatzcluster aufgeteilt. Auch Bilder können als Daten dienen. Zwar ist häufig eine recht aufwändige Vorverarbeitung nötig, danach lassen sich aber beispielsweise Objekte in einem Bild identifizieren. Viele Bildverwaltungsprogramme bieten beispielsweise die Möglichkeit einer Gesichtserkennung. Hier sehen wir ein Beispiel, in dem Emenda bereits in den oberen Bildern identifiziert wurde. Das Programm schlägt nun andere Bilder vor, auf denen es Emenda ebenfalls vermutet. Auch Audio- und Videodaten lassen sich für das Data Mining nutzen. Hier sollte jedoch beachtet werden, dass diese Daten einen hohen Speicherbedarf haben. Spracherkennungsprogramme suchen den auditiven Daten nach Sprache und wandeln diese dann in Schrift um. Hier gibt es sogar besondere Ausführungen mit Fachvokabular aus unterschiedlichen Bereichen wie der Juristerei oder der Medizin. Sie kennen nun viele unterschiedliche Formen, in denen Daten vorliegen können. In weiteren Videos erfahren Sie zum Beispiel, wie diese Daten nun mit Hilfe von Data Mining analysiert werden können. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich alles Gute! Wir wünschen Ihnen viele Personen aus der